Hallo und hör auf, Masaru. Hör auf. Oh Gott, meine Stimme stimmt schon wieder hoch. Ich muss dringend gesund werden, richtig. Wenn ich so viel Quatsche immer, dann wird das nichts. Ähm, wo waren wir beim letzten Mal? Ach ja, ähm, ich hatte ja die Baumwolle gehabt, genau. Stimme, hör auf damit. Ähm, Garn, genau, Garn aus Baumwolle machen. Ähm, unglaublich viel verplant, wie ich wieder die Folge hier beginne. Nämlich Leinbaumwollfaden, genau. Hier noch ein paar Sätze davon. Mhm. Und dann noch das. So, herausnehmen. Oh mein Gott. So much. Much, much, much. Ähm. Oh Gott, dieser 7. Gott, ich war zu reich mit dem ganzen Zeug. Ich hab jetzt schon wieder über eine Million, glaube ich, oder? Nee, knapp eine Million. Oh Gott. Ähm, hab ich eigentlich... Nee, heute war eh Feiertag, da konnte ich eh nichts kaufen bei Corona. Ich muss auf jeden Fall noch, ähm, ein Safari-Park-Ding. Hab ich jetzt ernsthaft das Pferd so gerufen? Bin ich doof? Ähm, Safari-Park. Oh, nochmal anders hinsetzen. Oh, meine Arschbacke. Oh, meine Arschbacke. Ah. Ich hab auch noch nicht vergessen, noch was zu essen. Denn wenn ich hier mal so auf meine Energie rüberschiele, das sieht schon ein wenig bedrohlich aus. Aber erst mal Äste, Zweige, was auch immer sammeln. Hm, 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 hm. Oh, das ist schon bald genug zusammen. Bald vor allem, das dauert sich aber schon noch ein bisschen. Ich würde dieses riesige Ding haben. Diese Erweiterung hierfür. Das ist bestimmt cool. Wo ist der Lob? Lob, wo bist du? Lob? Lob ist nicht da. Lob ist bestimmt in der Höhle. Da ist noch Schweinehöhle. Macht Schweinesachen. Blaue Magieblume. Sieht so blau und magisch wie eine Magieblume. Mhm, ein Ast. Das macht mich geil. Ja. Ja. Oh, hm, 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 hm. Hm, da, da, da. Blum, 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 blum. Okay, wir dümpeln hier durch. Und wir müssen was essen. Was essen los? Äh, Merkzückel hat gut Erdruck. Nein, Gerichte. Topfelpuffer. Ich weiß heute gar nicht. Äpf, vier Stück erstmal nur. Ich muss ja auch noch gießen und so dann. Und düngen. Deswegen esse ich mal ein bisschen mehr. Wow. Wow. Alter. Zurzeit habe ich kein Glück, ne? Könnte das sein? Kommt nur Scheiße raus. Das gibt's nicht. Boah, das ist so mies. Naja. Ich habe keinen Platz dafür. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Na, lassen wir es erstmal liegen. Na, vermute Scheiße, dass ich keinen Platz mehr dafür habe. Aber, naja. Meine Taschen sind bis zum Bersten voll. Deine Mutter ist bis zum Bersten voll. Mist. Na gut, dann würde ich jetzt sagen, ich gehe nochmal zurück. Und ich muss ja eh noch aus so getrockneten Zeug Saatgut machen. Das heißt, da kann ich in der Zwischenzeit nochmal hier hin. Das heißt, das wird dann lustig. Geht's in den Terkelrennen. Yay. Das ist nicht lustig. Gut. Aber erstmal muss ich meine Taschen wieder freikriegen. Vielleicht hol ich mir doch halt die Erweiterung von einer halben Million. Ich meine, das Geld hätte ich hier. Das wäre auf jeden Fall... Oh, ich habe Post. Habe ich gar nicht gesehen. Wäre auf jeden Fall eine Option, da ich mal nachentgehen. Nein, nachgehen sollte. Hm, Honigwapen, Stiefel. Das ganze Zeug hier. Das braucht kein Mensch. Goldstreifenleuchtkäfer. Wow. So, ähm. Ja, das kann ich halt auch von Dings aus verkaufen alles. Wow. Ah, nee, Baumwollfaden? Nee, warte mal. Baumwollfaden? Nicht. Ähm, Apaka-Beute kann ich mal ein. Okay, Wolle. Hm, 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 hm. Ähm, und hier noch. Platz machen, Platz machen, Platz machen. Was ist das? Oh, 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 Platin habe ich aber gefunden. Witzig. Oh. Oh, 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 oh. Ah, ist das viel. So. Kommt noch was? Noch irgendjemand ohne Vorschein? Nee. Ich kann da hier noch ein bisschen was reintun. Das war richtig schön mit dem Platz machen. Aprikose. Fraulose. Tote Hose. Aprikose. In der Hose. Das sind so lustige Kindergartensprüche, die man immer hatte. Wir konnten unsere Kinder, ähm, unsere Kindergärtnerin nie leiden. Und die hieß Fraulose oder so. Und haben immer gesagt Tote Hose oder Aprikose und so. Und das fandet ihr immer total ätzend. Wir haben sie gehasst. Das hat ja irgendwie... Irgendwie habe ich oft Leute gehabt, die kein Draht zu Kindern hatten. Ähm. Karotte. So. Karotte, Eis, Steckrüben. Papapa. Aber, okay. Du, 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 du. Mal gucken, wie weit das jetzt hier ist. Ich hoffe, wenigstens das Getrockene ist jetzt hier schon fertig. Ich will es auf jeden Fall heute noch sehen. Weil, eher man anfängt, desto eher kann man es natürlich auch wieder ernten, ne? Und da zählt jeder Tag. Ach. Jo. Und so. Ich muss kurz überlegen. Nein, ich bin schon eins zu weit, glaube ich. Oh Mann. So, herausnehmen. Äh. Wollen wir so. Acht Stück. Voll. Was sollst du überprüfen? Lange brauchen die denn noch? Eine Stunde und sieben Minuten. Wow. Ist das nice. Wie lange brauchen die noch? Eine Stunde. Oh Gott. Gut. Das ist ätzend. Und war ich so? Ich kann jetzt, ich kann ja angeln so lange oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Weil, ähm. Ich habe gehofft, dass das eine wenigstens schon durch ist. Weil, jetzt müsste ich dann nochmal zurückrennen dann. Und ich verstehe, was ich meine, oder? Ähm. Selbst, wenn ich jetzt zur Safari gehe, müsste ich dann trotzdem nochmal warten, weil der Rest dann noch fertig werden muss. Weil das eine noch trocknet, während das andere schon zur Saatgut verarbeitet wird. Ich denke mal, ich verstehe jetzt, was ich meine. Und das ist gerade doof. Dann tue ich hier Stiefel und Krabben sammeln. Weil ich, das ist eigentlich total sinnlos, aber ich mache es trotzdem. Ein paar Fische. Meine Güte. So. bei dem herstellen da bauen wir es auch in drei stück oh meine fresse 40 Minuten immerhin 8 Minuten ok das schaffen wir noch 8 Sekunden 7 6 5 4 3 2 ich bin schon wieder fertig 9 noch 2 1 fertig yeah rausnehmen nein das überprüfen danke Item herstellen das ist gerade zu ätzend tut mir leid ich ätze mich gerade selbst an mit der ganzen Scheiße hier so ja bis das fertig ist gehe ich jetzt noch mal zur safari und sammle den Rest ein es kann sich noch also Stunden handeln ich bin irgendwann frühmorgens dann mal fertig ach Gott zum Glück läuft sie so schnell wollen wir Samen fertig ja aber nicht alle und wenn mir egal ich gehe jetzt trotzdem erstmal hin Safari Park hi ha hello yippie was ok okay ähm äh öh 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 es ist nichts was ich noch irgendwie aufsammeln könnte toll bin ich extra zurückgerannt naja aber hier kann ich noch ran und oben noch das Stück Eisen wow der Kiesel es hat sich gelohnt oh und ein Zweig fasst du gut wehnerst mhm toll naja ja dann haben wir so ein bisschen Zeit rumgekriegt und haben alles eingesammelt die fleißige Bienzen und inzwischen dürfte auch der Rest fertig sein. Macht das Spaß. Hey, okay, nochmal zurück. Nein, nicht das Pferd rufen. Zur Farm zurück. Gut, dann darf ich runter und alles aussehen und dann noch düngen und gießen und dann bin ich fertig und vermute ich krank am nächsten Tag. Aber hey, nein, ist das nicht lustig. So, ich muss kurz überlegen, was war hier. Ich vergesse immer, welches Haus. Das ist so schlimm. Hallo? Jetzt müsste ich zwölf Stück haben. Hab ich. Dann reite ich mit Masaru geschwind runter. Ja, ich kann in Schubert springen. Ja, sie kann nur über Holzzäune springen, aber nicht über Steinen. Die aus Steinen, die gelten nicht. Das ist was ganz anderes. So. Zum Glück ist es gleich um die Ecke. Möge es beginnen. So, Baumwollsamen. Man möchte ja diese besonderen Länder haben, ne? Dafür braucht man das. So. Ein Großteil davon, weil ich vermutlich eh aufs Queen machen, weil ich euch das alles nicht auf die Nase drücken will, was ich jetzt hier in der Verarbeitung reinstecke. Aber ich hab da mal so ein bisschen gelesen, finde ich spoilern, aber man kriegt da schon krasse Sachen bei den Ländern noch, die dann auch dazukommen. Also, ich würde mal sagen, es lohnt sich, auf jeden Fall. Oh, jetzt ist sie richtig erschöpft. Dann isst du nochmal was. Oh. Oh. Das ist wieder vergessen. Soll ich auf jeden Fall noch machen. Kartoffelpuppe. Ja, futter mal zwei Stück. Das müsste mehr als genug sein. Dünger. Nein, Masse ruhen nicht den ganzen Dünger vom Feld essen. Das macht man nicht. Oh, das war so schlimm. Ich war heute mit meiner Mutter im Garten. Ich hab sie besucht. Und die hat so mit, keine Ahnung, so hohe, irgendwie, so sind so zumalene Überreste von Rindern, so Hörner oder so, oder Knochen. Und das nimmt sie als Dünger. Und Kyoto ist da übelst drauf abgegangen. Das war so schlimm. Ich musste dann, das hatte sie halt eben immer so bei frisch gepflanzten, kleinen, zarten Blümchen oder so, oder wo sie auch was abgedeckt hat mit so einer, mit so einem ganz zarten Gitter gegen Unkraut oder so, was schon so zerfällt, wenn man es nur anguckt. Und Kyoto so, yeah, drauf buddeln, wälzen, fressen. Und meine Mutter hat dann einen halben Anfall gekriegt. Und es war so schwer, Kyoto von diesem Stellenpferd zu halten, weil da eben diese tierischen Überreste übelst abgegangen ist. Auf den Dünger halt. Und das hat mich gerade so ein bisschen dran erinnert, dass Masaru halt eben da auf die gedungenen Stellen drauf ist. Ja, wisst schon. So, ähm. So. Item herstellen. Hm. Blauer Baumwollfaden. Weiß nicht. Noch mal. Dreißig Stück. Hm. 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 Was war's denn noch, was wir brauchten? Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Cowboy-Outfit. Gelb. Hm. Das war mal gelb. Ist nicht viel. Ich weiß. Aber hey. Wo ist noch mal Geld gewesen? Hier. Dreie Stück. Perfekt. So. Ähm. Leinfaden ist soweit hier fertig. Hier ist auch alles. Müsste. Sollte. Lein und Baumwolle jedenfalls. Ja. Haha. So. Items herstellen. Das meiste wird hier eh Gold sein. Und Silber. So. Hoho. Und sonst so? Ah, hier. Was haben wir noch? Goldener Baumwollstoff. 16 Stück. Boah. Silberner Baumwollstoff. Habe ich vielleicht ja eh nicht mehr machen. Aber wenn es noch da ist, warum nicht, ne? So. Sonst. Okay. Hat es sich jetzt auch erledigt. Wir haben es jetzt 1 Uhr morgens. Und ab. Ab, 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 ab ins Bett. Das war jetzt mal eine übelste Nachtaktion hier. Schlimm ist das. Oh. Und ja. Okay. Briefkassen gucke ich morgen. Ist ja jetzt auch egal. Erstmal. Ab, ab, ab ins Bett mit uns. Heute ist Blumenmesse. Ich sollte nicht vergessen, allen Blumen zu schenken. Ja. 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 Machen wir. Auf jeden Fall. Ja, machen wir wirklich. So. Was gibt's in Russland Neuwaren? Na, in Seidenland Neuwaren. Okay. Gut. Dann muss ich mir auf jeden Fall noch ein paar Blumen verschenken. Oder Streuße. Muss ich mal gucken, was ich für Streuße machen kann. Schau mal einfach mal. Dann geh ich rum und verteile wie eine Bekloppte. Dann freuen sich alle so. Yeah, danke. Und dann bin ich voll die ganze Person in der Hut. Erstmal alles hier auf meinem eigenen Hof machen. Bevor ich hier woanders mir den Hof mache. Haha. Ha. Wortspiel. Na? Alles okay bei dir? Ich gucke gleich mal noch, ob du Futter hast, meine Süße. Nein. Nicht die Goldhacke. Katzenglöckchen. Habe ich die Goldhacke registriert? Nicht doof. So. Ist noch Futter? Bestimmt hast du noch Futter, meine Süße. Ja, hat sie. Gut. Gut, gut, gut. Hier gucken wir später noch rein. Erstmal die Tiere. Die Tiere sind das Wichtigste von Anfang. Na, mal gucken, wie wir alles von uns begeistern können mit unseren tollen Blumen und Blumensträußen und was auch immer und Gestecken und was weiß ich, was man heute so verschenkt hier. Letzter Tag vom Frühjahr. Ist das nicht süß? Ähm. Gut. So. Da-ba-da-dam. List ist so süß. Und wo ist noch Nati? Ich schalte auch immer dazu, um zu singen. Sofern es kein Singen ist. Ich rede einfach nur dazu. Es ist peinlich. Ähm. Hm, 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 hm. Oh Gott. So. So. Jetzt darfst du dich hier alle erstmal so weit zufrieden gemacht haben. Jetzt gibst du dir das große Gebämmelos. Bam, bam. Ein cooler Stall. Warte mal, ich kann doch eigentlich... Mir fällt gerade was ein. Kann ich nicht eigentlich auch noch ein Dingens machen? Ein Treibhaus? Wo ich denn nochmal... Erstmal hier das. So. Hm, 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 hm. Ja. Mich schockt's immer, wenn ich aufnehme, ne? Normalerweise im Alltag nie. Aber sobald ich irgendwie in der Aufnahme bin... Das wirkt überall. Das ist doch schlimm. So. Ähm. Er wird gemolgen werden. Du? Hab ich gehört. Und... Habe ich mal wo gelesen. In der Superölo. So. Ähm. Und jetzt hier noch. So. Und jetzt alle Erzeugnisse erstmal schön einsammeln. Alles meins. Meins, meins. Alles, was glänzt, ist meins. So. Hanako. Keks. Hm. Mäh, mäh. Brauch ich immer vier Stück. Das ist für ungewohnt. Da brauch ich fast zu viel wie beim Gag... Ne, ich brauch mehr als beim Gag-Gag-Leckerli. Ich hab ja noch drei Hühner. Ich find das so süß wie Jean sich freut. Das ist so toll. Oh, hoffentlich freuen sich beide die anderen Schafe auch so sehr. Mal gucken, wie sich Lolli freut. So. Was? Ach so. Ich muss noch mit allen reden, natürlich. So. Und mit dir. Und so. Fertig mit dem Hof. Jetzt noch ein bisschen um die Textilen kümmern. Ich glaube, die Textilen sind ja wirklich auch derzeit so meine Haupteinnahmequelle. Würde ich mal fast behaupten. Ja, hier. Nehmen wir überall mal heraus. Oh Gott, das ist wieder viel. So. So. Da kann ich jetzt bestimmt auch wieder gelb. Gelbe Baumwollfaden. Ja, komm, mach mal. Tada. Ach, das ist wieder viel. Gut. Direkt auch gleich mal noch gucken wegen Streusen. Genau, wegen Streusen schauen. Ob die muss ich da noch ein bisschen einkratzen können. Äh, 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 äh. Ich bin eine Robbe. Äh, oh, was war hier? Ah, oh, oh. Hm. Kann ich den blauen Stoff schon mal machen? Ähm, wie viel geht es hier? Zwei. Wow, doch so viel. Wow, übertreibt man nicht. Äh, 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 äh Was soll ich tun? Verpacken, auspacken, ein Puket zusammenstellen. Was hab ich denn so? Kann ich auch was sagen. Segen der Erde geht. Blumen, 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 Blumen. Großer Blumen, großer Blumen. Dann machen wir hier mal Segen der Erde. Oh Gott. Ich hab viel. Oh, Kaktus. Ich kann ein Kaktusblumen draus machen, wollt ihr mich verarschen? Das ist sehr witzig. Ja, hier nehmen wir mal Tulpen. Oh Gott, das kann ewig dauern. Okay, ich würde sagen, ich mach das offscreen und wenn ich genug Streuze zusammen habe, sehen wir uns wieder. Okay, bye. Bye.